Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu diesem Video und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht. Ja, Zuschauerpost, die dritte. Ich glaube, ja, es müsste jetzt das dritte Video über meine Zuschauerpost sein. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich habe hier, glaube ich, neun Briefe bzw. Versandtaschen vor mir zu stehen. Bin schon sehr gespannt. Eine habe ich leicht geöffnet, aber noch nicht reingeguckt. Ansonsten habe ich noch nirgendwo reingeguckt und ich bin schon sehr gespannt und packe das jetzt mit euch aus. Ja, ich würde sagen, wir starten und ich beginne mal mit einem Brief. Ja, den öffne ich jetzt mal. Der ist so ein bisschen, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da was drin ist. Ich schaue mal. Ich mache jetzt ein bisschen Kraft. So. Mal schauen. Ach, du ahnst es nicht. Ich zeige euch mal, was da hier drin ist. Das ist ja geil. Schaut mal. Das ist ja lieb. Von Kaufmanns, die Haut- und Kindercreme in der Tube. Oh, ist das toll. Der ideale Begleiter für unterwegs. Sicher und sauber verpackt. Oh, das ist total lieb. Den wollte ich immer schon haben. Ich habe ja nur die Dose und die ist immer unpraktisch so mitzunehmen. Und das ist ja eine viel saubere Sache. Ich liebe diese Kaufmanns-Creme. Die pflegt so gut die Lippen. Und oh, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich gerade riesig. So, und jetzt habe ich hier noch einen Brief. Jetzt muss ich mal gucken, von wem das ist. Oh. Ich lese mal vor. Hallo, liebe Nadine. Ich schaue mir deine Videos so gerne an. Ich bin wirklich ein Riesenfan von dir. Besonders deine stundenlangen Videos sind perfekt. Ich könnte dir wirklich tagelang zuhören. Dankeschön. Das freut mich echt. In deinem Lippenpflegevideo habe ich gesehen, dass du diese Haut- und Kindercreme magst und sie als Stiftform suchst. Als Stiftform habe ich sie auch noch nicht gesehen, aber als Tube. Diese möchte ich dir hiermit schenken. Weil du einfach ein Riesenvorbild für mich bist. Oh, da kriege ich gerade Gänsehaut. Ich danke dir wirklich sehr. Bitte gib mir über YouTube Bescheid, wenn der Pflegestift angekommen ist. Mein Name ist Jessie. Du findest mich bestimmt unter einigen Kommentaren. Mit super lieben und freundlichen Grüßen aus Berlin ins Sauerland. Jessica. PS. Viel Spaß mit dem Stift. Liebe Jessica, ich danke dir wirklich von Herzen. Dass du mir diesen Pflegestift von Kaufmannshaut- und Kindercreme geschenkt hast. Ja, du liegst da richtig. Ich habe ja in meinem Lippenpflegestift-Sammlungsvideo euch einige Stifte gezeigt. Aber dieser fehlte mir wirklich noch. Und ich freue mich schon. Heute Abend kommt er auf die Lippen. Jetzt habe ich gerade einen Lipgloss drauf. Ich werde ihn heute Nachmittag schon auf meine Lippen pinseln. Und ich danke dir wirklich von Herzen, liebe Jessica. Ja, ich werde mal schauen, ob ich dich finde. Ja, dann, ne? Jessica, Jessica. Ich werde, irgendwie muss ich mich, also, falls ich dich jetzt nicht irgendwie finden sollte, weil, ja, ich, morgen ist eine Kommunion. Ich bin so ein bisschen im Stress. Dann fahren wir ja ein paar Tage in Urlaub. Deshalb drehe ich jetzt auch ein paar Videos vor. Also, wenn ihr mich in den nächsten drei, vier Videos noch so ähnlich hier sitzen seht, vielleicht mache ich mir gleich mal die Haare anders oder tue mir anderen Schmuck anlegen. Aber generell werde ich so ungefähr dann in den weiteren Videos aussehen, weil ich versuche jetzt ein paar Videos vorzudrehen, weil es mir wichtig ist, dass ihr in meiner Abwesenheit auch mit Videos versorgt seid. Deshalb, ja, liebe Jessica, ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Geschenk. Du hast mir eine Riesenfreude damit gemacht und ich danke dir, ja? Okay. Wow. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Okay, mache ich weiter. Ein Brief. Ich drehe ihn extra andersrum, ne? So, ja. Da wollen wir mal reinschauen in den Brief. Ich öffne ihn mal. So. Ach, guckt mal hier, ein Herz. Erste, fünfte. Ich glaube, der von Jessica, der 13. fünfte. Das ist noch nicht so lange her, ne? Ach, wie schön. Ich zeige es euch gleich. Liebe Nadine, bitte beachte nicht meine Rechtschreibung. Ich wollte dir eine kleine Freude machen, indem ich dir diesen Brief schreibe. Mir gefallen deine Videos sehr. Besonders, dass sie immer so lang sind. Dann kann ich immer gut abschalten. PS, das Bild unten nicht zeigen. Deine, deine Nora. Ich glaube, ich glaube, Nora. Aber Nora, du hast das so schön gemalt. Sie hat mein... Na gut, du hast jetzt gesagt, ich soll es nicht zeigen. Sie hat halt meinen Namen, Moldawid, aufgezeichnet und ausgemalt. Und ja. Also vielen, vielen lieben Dank, liebe Nora. Ich freue mich riesig über deine Post. Das bedeutet mir auch sehr, sehr viel. Und ja, ich freue mich einfach, dass auch dir meine längeren Videos gefallen. Ja, oft werden es längere Videos, aber ich denke mir dann auch oft, ja, lieber Zeit nehmen und ja, dass es mit Freude halt gemacht wird, meine Videos wie da durchhetzen. Aber es gibt natürlich auch kürzere Videos. Mal schauen, wie lang dieses hier wird. Ihr wisst es jetzt schon, ich nicht. Liebe Nora, vielen, vielen lieben Dank. Auch der Brief wird einen Ehrenplatz bekommen. So, dann mache ich mal weiter. Oh, da ist, ähm, da muss ich mal eben den Absender zuhalten. Ein Brief. Und ihr seht, süße Pfotentatzen und Geschenke. Und ja, ich öffne jetzt mal. Sehr schön gestaltet. Ich hoffe, er bleibt mir einigermaßen heil. Ich glaube, ich habe gar keinen Brieföffner. Ich muss mir mal unbedingt einen Brieföffner besorgen. So, jetzt habe ich es aber gleich. Ich bin gespannt. Das ist wirklich, ja, total lieb von euch, dass, ja, dass einige von euch mir wirklich, ähm, schreiben. Da ist das wirklich zu schätzen. Und jetzt gucke ich mal, was sich hier drin befindet. Okay. Das Papier sieht so aus. Wunderschön. Passt gut zu meinem Pullover. Mit Schmetterlingen. Ich klappe mal auf vorsichtig. Oh, wie süß. Hu, hu, Nadine. Alles, alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Für dich soll heute die Sonne scheinen. Ganz liebe Grüße, Bianca. Auch danke dir, liebe Bianca. Schaut mal so schön. Hier mit der Eule auch total süß gestaltet. Also wirklich herzallerliebst. Ja, genau. Ich hatte ja am 11. Mai Geburtstag. Und da habt ihr ja wahrscheinlich schon meine Auspackvideos sehen dürfen. Es haben so viele liebe Menschen an mich gedacht. Und ich weiß das wirklich zu schätzen. Und vielen, vielen lieben Dank an euch alle. Und auch an dich, Bianca. Das ist so eine schöne Karte. Ich liebe sowas. Hast sie wirklich ganz toll gestaltet. Und auch die wird einen Ehrenplatz bekommen. Vielen, vielen lieben Dank. Machen wir weiter. Der nächste Brief. Da sehen wir hier ein paar Schmetterlinge aufgeklebt. Absender von einer Jasmin. Okay. Liebe Jasmin, ich öffne deinen Brief. Hu, ich bin gespannt. Na, kommst du raus. Wunderschönes Papier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist sowas eingestanzt. Drei Engel mögen dich begleiten durch deine ganze Lebenszeit. Und die drei Engel, die ich meine, sind Liebe, Glück und Zufriedenheit. Den Spruch, den kenne ich. Ich finde den ganz, ganz toll. Und vielen, vielen lieben Dank, Jasmin. Liebe Nadine, ich wünsche dir alles Erdenkliche, Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Dankeschön. Ich hoffe, deine lieben Engel und deine Lieben bescheren dir einen wundervollen Tag. Alles Liebe wünscht Jasmin aus dem Siegerland. Liebe Jasmin, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, die Karte ist einfach auch super schön. Und ja, an meinem Geburtstag schien leider die Sonne nicht. Das war eher so ein verregneter Tag. Aber das macht ja gar nichts. Ich hatte wirklich meine ganzen lieben Familien, Menschen um mich herum. Und ja, das hat mir auch viel bedeutet. Und genauso viel bedeutet mir deine Karte hier zu meinem Geburtstag. Die wird auch einen Ehrenplatz bekommen. Ich stecke die jetzt auch mal, ich stecke auch gleich eure Briefe wieder zurück in die Umschläge. Damit ich immer weiß, von wem das war. Und ja, gerade weil die Umschläge auch so schön gestaltet wurden von euch. Ja, jetzt habe ich hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Versandtaschen. Ich fange mal mit der kleineren an. Ja, von einer Lisa. Eine Lisa hat mir was geschickt. Also so kleine Versandtaschen, obwohl ich habe auch noch eine größere hier vor mich. vor mir zu liegen. Die passen auch ins Postfach. Was ist das? Oh, wow. Auch ist das schön. Schaut mal. Auch das ist ja süß. Jetzt muss ich erst mal gucken. Das ist irgendwie, ach, das ist so ein Armband mit Federn. Ach, wie süß. Und dann noch in so einer tollen Farbe. Ach, das ist hier, Moment. Das lege ich mir jetzt erst mal um, Lisa. Hast du das selber gemacht? Das sieht ja toll aus. Und dann kann man das, glaube ich, hier enger ziehen an den Bändern. Ja, wenn ich das jetzt hinkriege hier alleine. Egal. Wunder, wunderschön. Ich mag sowas total gerne. Und ja, vielen lieben Dank. Und dann noch so ein tolles Armband. Und, oh mein Gott, guckt mal hier. So ein geflochtenes. Das ist ja toll auch. Wunderschön. Auch das lege ich mir jetzt oben. Also, ihr seid wirklich spitze. Ihr, ach, guckt mal, Lisa. Ja. Wunderschön. Gefällt mir total gut. Mann. Und ich sehe noch einen Ring. Jetzt bin ich gespannt. Ich sehe, das müsste ein echter Edelstein sein. Wow. Ein wunderschöner Ring. Ja, ich habe jetzt nicht so dicke Finger. Aber der Knochen hier in der Mitte. Jetzt zeige ich euch schon wieder den Stinkefinger. Es tut mir leid. Der Knochen hier ist ziemlich breit. Aber, Moment. Hier passt er. Es tut mir leid. Pass auf. Hier, siehste. Da, Lisa. Hier der Knochen in der Mitte vom Gelenk. Der ist bei mir leider sehr breit. Oder, nee. Aber, er passt perfekt an meinem kleinen Finger. Und warum nicht mal einen Edelsteinring am kleinen Finger tragen, finde ich auch sehr, sehr schön. Und das müsste ein Sodalit sein. Das müsste ein Sodalit sein. Wunderschön. Ich danke dir von Herzen. Dann hast du mir noch eine Probe von Lavera. Eine Tagespflege. Oh ja, ich liebe Lavera. Naturkosmetik. Wird ausprobiert. Von Head & Shoulders das Apple Fresh. Ja, das hat mir, glaube ich, mal die liebe Nathalie Sweet Jasmine Baby geschenkt. Ein Shampoo davon und die Spülung. Und ich finde das wirklich super lecker, erfrischend. Es duftet herrlich nach Apfel. Und jetzt habe ich es, ich glaube, das nehme ich mir mit in Urlaub. Ich bin zwar nur ein paar Tage weg, aber, ja, diese ganzen kleinen Proben sind doch ideal. Ich habe ja jetzt schon mehrere von so kleinen Pröbchen. Ideal, um sie mit in den Urlaub zu nehmen. Also, Lisa, auch das werde ich mitnehmen in den Urlaub. Und dann seht ihr das auch irgendwann im Aufgebraucht-Video. Vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt ist hier noch so, oh, so eine süße Karte. Schaut mal, hat sie so Hunde. Und da steht drauf, du bist toll. Auch Dankeschön. Und dann hat sie noch hier was draufgeschrieben. Liebe Nadine, ich hoffe, die beigelegten Sachen gefallen dir. Ich wollte dir eine kleine Freude machen, denn du machst mir mit deinen super tollen, herzlichen und ehrlichen Videos auch immer eine Riesenfreude. Besonders deine Hauls- und Aufgebraucht-Videos sind der Hammer. Du bist mir sehr ans Herz gewachsen. Dankeschön. Durch deine super ehrliche und liebe Art. Ich finde es auch super klasse, dass du vor der Kamera immer alles gleich festtest. Liebe Grüße, Lisa. Das sind so liebe Worte und dann mit den ganzen Herzchen hier, Lisa. Tausend Dank. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Nee, was heißt du? Obwohl doch. Ich packe jetzt dein Kärtchen wieder in die Versandtasche. Damit ich weiß, ne? Damit da auch nichts drankommt. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig über die beigelegten Sachen. Die Armbänder, ich liebe sowas. Ja, ich mag das. Und der Ring, auch wenn er nur an meinem kleinen Finger passt. Ich liebe ihn. Ich habe es nämlich so ein, ich glaube, ein Edelsteinring habe ich so in der Form. Aber kein Sodalit, ich glaube ein Aventurin. Oder hatte ich mal. Tausend Dank. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Mann. Ach, ihr seid einfach lieb. Und ja, ich mache mal schnell weiter. Und zwar habe ich hier noch so eine Versandtasche mit meiner Postpackadresse. Die steht auch immer unter meinen Videos. Also, wenn ihr mir schreiben wollt, wenn du mir vielleicht mal schreiben willst oder vielleicht mal, wenn du im Urlaub bist, dann würde ich mich freuen. Oh, hier sind mehrere verpackte Päckchen. Schaut mal. Und ein Brief. Ich lese mal erst den Brief. Für Nadine steht da drauf. Oh Mann. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gerade freue und wie spannend das ist für mich. Liebe Nadine, wir wollten uns einmal für deine tollen Videos auf YouTube bedanken. Du bist einer der besten YouTuberinnen und machst einfach die besten Videos. Vielen Dank. Du bist nett, sympathisch und deine Videos sind immer was Besonderes. Außerdem haben wir uns in deinen süßen Hund Puma verliebt. Wir freuen uns auf weitere Videos von dir. Bleib so wie du bist und gib Puma einen dicken Kuss von uns. Liebe Grüße, Vanessa und Antonella. PS, wir würden uns freuen, wenn du uns zurückschreiben würdest. Also, Vanessa und Antonella, vielen, vielen lieben Dank und ich werde Puma, der macht gerade sein, ja, ich war eben mit ihm laufen, leider durch den Regen und der macht gerade ein Schläfchen, aber ich werde die Grüße und das Küsschen ausrichten von euch beiden. Ja, mit dem Zurückschreiben ist immer so eine Sache. Ich habe das mal bei Instagram geschrieben. Also, ich hoffe, ihr versteht, dass ich mich allen zurückschreiben kann. Da fehlt mir die Zeit und ja, dann wäre ich, glaube ich, nur noch mit Zurückschreiben beschäftigt. Ich werde jetzt erst mal reingucken, Vanessa und Antonella, was ihr mir hier verpackt habt. Ich habe hier ein Teil, hier steht drauf, weil es auch unsere Lieblingsfarbe ist. Okay, ja, ich habe mal erwähnt oder ich erwähne ja öfters. Und dann noch so schönes Papier. Mann, habt ihr euch eine Arbeit gemacht. Vielen Dank. Ja, Lila ist ja so. Lila ist quasi so mit meine liebste Farbe und jetzt gucke ich mal, ob ich da richtig liege. Oh ja, ich sehe es schon. Ja, finde ich ja toll, dass auch eure Lieblingsfarbe Lila ist. Ich meine, ich habe noch andere Farben, die mir gefallen, aber ihr habt das sehr gut verpackt. Moment, jetzt habe ich es aber, wow, von Essence, von diesen schönen Essence-Nagellacken habt ihr mir einen rein. Das ist die 132 Breakthrough. Da oben habe ich meine Essence-Nagellacke, aber den hier habe ich tatsächlich noch nicht. Nein. Deshalb vielen, vielen lieben Dank. Ich werde den ausprobieren. Ich habe ja sehr viele Nagellacke und irgendwann gibt es auch eine Sammlungsvideoreihe über meine Nagellacksammlung. Da wird er bestimmt wieder zu finden sein, ihr beiden. Dankeschön. Noch was Verpacktes. Weil du den Geruch liebst. So, jetzt überlege ich. Ich liebe viele Gerüche, aber welchen meint ihr? Hm, ich liebe, was liebe ich denn? Vanille, Kokos. Boah, ich liebe so viele Gerüche. Im Winter liebe ich Zimt. So, so würzige Düfte, schei-mäßig. Und, oh, mein Gott, ihr habt aber gutes Teesappeln bei euch zu Hause. Ja, natürlich. Ach, von Veleda habt ihr mir eine Sanddorn-Handcreme reingelegt. Ach, ihr seid verrückt. Oh Mann, vielen Dank. Ja, ich liebe Veleda und ich liebe, liebe Sanddorn-Duft. Marmelade habe ich auch schon gegessen. Total lecker. Und jetzt habt ihr mir hier, oh, die ist sogar noch verschlossen. Ich lasse die auch noch zu. Ich habe nämlich mal im Geschäft dran, oder habe ich die sogar? Ich überlege, ich habe eine oder zwei Handcremes. Ich lasse die zu, weil, ich habe ja erwähnt, dass ich bald ein paar Tage im Urlaub bin. Und da, oder vielleicht, wenn ihr dieses Video seht, dass ich schon weg bin. Ja, und da werde ich die jetzt mit in Urlaub nehmen. Ja, ich glaube, ich könnte ein Video drehen über meine Sachen, die ich mit in Urlaub nehme. Ja, es sind nur sechs Tage, aber Dankeschön. Die wird mit, ja, mit in den Urlaub kommen. Vielen Dank. So, jetzt aber schnell weitermachen. Obwohl, ich lasse, nee, warum schnell, ne? So, hier drauf steht, weil es eins deiner Favoriten ist. Smiley. Hm. Okay, das fühlt sich, ja. Ich wollte gerade sagen, das fühlt sich an wie so eine kleine Flasche von Trickle Moon. Oder Trickle Moon, wie sprecht ihr es denn aus? Ihr wisst, was ich meine. Oh, ist das lieb. One Ginger Morning. Ich liebe, eine Duschcreme ist das. Und, ja, ich liebe die. Ach ja, ich liebe diesen Geruch. Der ist so schön frisch. Das ist so ein schöner, hallo, mach mich wach, äh, Duft zum Duschen. Und, ja, ich denke mal, die wird mit in den Urlaub kommen. Weil das ist, denke ich mal, ausreichend für fünf, sechs Tage. Oder was meint ihr? Vielen Dank. Ach, ihr seid so lieb. Oh, wow. Jetzt kommen hier noch, genau, dann haben wir es. Jetzt kommen hier noch zwei größere. So, jetzt lese ich mal. Lass es dir schmecken. Ich habe tatsächlich Hunger. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Nur Kaffee getrunken. So, lass es dir schmecken. Ah, ich sehe schon. Ich glaube, das ist was zum Lutschen. Und ich glaube, das passt zur Handcreme, oder? Wartet mal. Ja. Ach, ihr seid spitze. Von Ricola. Diese schönen Schweizer Kräuterbonbons. Und zwar natürlich Sanddorn. Die hatte ich auch schon mal. Aber ich glaube, meine waren nicht zuckerfrei. Oh, ich liebe das. Und jetzt habe ich noch zuckerfreie Sanddornbonbons. Auch die werde ich mitnehmen in den Urlaub. Ja. So auf der Fahrt. So ein paar Bömskesnaschen. Also vielen, vielen lieben Dank. Ich lasse das jetzt auch noch so zu. Und auch die wird jetzt mich begleiten in meiner Handtasche. Vielen Dank. Mann. So, und jetzt haben wir, lest mal. Tierische Überraschung. Okay. Ich glaube, ihr meint Puma, oder? Ich bin gespannt. Ja, auch die Lied von euch. Ach, ist das lieb. Das ist die Marke, die ich auch immer kaufe beim DM. Dein Bestes. Schaut mal. Also, ihr habt genau zwei Sachen erwischt, die Puma. Es gibt so zwei, drei andere Sachen, die mag er nicht so gerne. Aber dieses hier liebt er. Das ist dein bestes Mini-Mix. Das sind so ganz viele kleine Sticks. Die mag er auf jeden Fall. Und er steht total, Puma steht total auf diese saftigen Würstchen. Ja. Ja. Ein dickes Dankeschön an euch beiden. Vanessa und Antonella. Ja. Also, ihr habt mir und Puma eine riesen Freude gemacht. Ja. Tausend Dank. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ja. Ich hoffe, es kommt auch so rüber, wie ich das fühle gerade. Ja. Ich habe mich riesig gefreut. Und ja. Gucke ich nochmal. Genau. Vanessa und Antonella. Ja. Tausend Dank. Puh. So. Ich muss hier hier gleich wieder ein bisschen aufräumen. So. Jetzt habe ich hier die nächste Versandtasche. Zeige ich mal so rum. An Moldavid von einer Yvonne. Yvonne, das hast du gut zugeklebt. Die Versandtasche. Ich sehe das schon. Ich glaube, da muss ich ein bisschen mit kämpfen. Moment. Oje. Oder ich muss mir tatsächlich noch ein Messerchen holen. Ah. Ja. Ich hole mir mal ein Messer. Moment. So. Da bin ich wieder. Messer. Ich habe mich bewaffnet und versuche jetzt, diese Versandtasche vorsichtig zu öffnen. Mal schauen, ob ich hier irgendwie reinkomme. Ach. Ja. Das freut mich einfach. Wirklich sehr. Und zuerst habe ich einen Brief erwischt. Und. Moment. Ich lese mal vor. Hallo liebe Nadine. Mein Name ist Yvonne. Du kennst mich nur. Nur von Facebook. Mit dem Namen Sophie. Ich mache weder YouTube noch habe ich einen Blog. Von YouTube habe ich einfach null Ahnung. Aber ich schaue deinen Kanal rauf und runter. Vielleicht, wenn du Lust hast, kannst du mir ja gerne auch mal eine E-Mail schreiben. Würde mich freuen. Dann die Adresse halt. Ein paar Bilder von unserer Hochzeit habe ich rein. So siehst du mich mal. Ich hoffe, dir gefällt mein kleines Geburtstagsgeschenk. Bis bald. Es drückt dich lieb Yvonne. Ja, Yvonne, ich drücke dich auch ganz lieb. Und vielen, vielen lieben Dank. Oh. Hier ist noch eine Karte. Ah. Ach, wie süß. I sing a lead für die. Happy Birthday. Schaut mal. Oh Mann, ist die putzig, die Karte. Tausend Dank. Die ist echt super. Hallo, liebe Nadine. Alles Liebe zum 38. Geburtstag wünscht dir Yvonne. So. Jetzt wisst ihr auch alle, vielleicht für die, die es noch nicht wussten, ich bin 38 geworden. Ja. Ja, ich kann es selber kaum glauben. Ich fühle mich noch gar nicht so, was heißt so alt. Aber die Zeit vergeht. Ich hole erstmal alles raus. Ah. Boah, was ist das denn? Eine limitierte Edition von Aveo Lippenpflege Flying Kisses. Boah, der sieht ja mal toll aus. Schaut mal. Aveo, das gibt es im Müller, ne? Da komme ich ja leider nicht so oft hin. Der ist ein bisschen weiter weg von mir. Süßer Energiekick für die Lippen. Wirkung und Pflege. Äh, die Formulierung mit natürlichem Bienenwachs macht ihre Lippen zart und geschmeidig und schützt sie gezielt vor dem Austrocknen. Paraffin frei. Boah. Also darauf freue ich mich schon. Ähm. Ja komm, jetzt bin ich neugierig. Jetzt will ich wissen, also ich finde den total süß designt hier mit den Kussmündern und den Flügeln dran. Ich möchte jetzt dran riechen. Oh, ist der lecker. Ich habe jetzt noch meinen Lipgloss drauf. Der riecht richtig schön süßlich nach Vanille, leicht fruchtig. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Tausend Dank. Der riecht köstlich. Und von Aveo, ich glaube, das ist mein aller, allererster Lippenpflegestift von Aveo. Ja, wie gesagt, ich komme leider nicht so oft weg. Och, und dann hast du mir noch einen rein. Surf has Paradise. Noch einen von, siehst du jetzt, so, ich korrigiere mich. Ich habe jetzt zwei Lippenpflegestifte von Aveo. Och, bist du lieb. Auch hier muss ich jetzt dran schnuppern. Was steht denn hier hinten drauf? Aha, dadadadam. Öle sind hier drin. Der trendige Lipgloss-Effekt verleiht ihren Lippen zusätzlich ebenmäßigen Glanz und der Duft von süßen Himbeeren und frischem Rhabarber schickt sie auf eine Reise in die schönsten Strände der Welt. Ich liebe Rhabarber. Toll sieht der aus. Hier, Palmen. Oh Mann. Oh ja, und der ist hier, guckt mal. Himbeerenfarben eingefärbt. Boah. Der riecht aber lecker. Total fruchtig, ja. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Oh, und der fühlt sich richtig schön cremig an. Aber ich glaube, Farbe gibt er jetzt nicht ab. Muss er ja auch nicht. Oder vielleicht ganz wenig. Oh. Der fühlt sich ja toll an. Ich freue mich gerade riesig. Wirklich. Mann. Tausend Dank, Yvonne. Und eine Maske. Ja, da wird jetzt auch bald ein Video kommen. Ich hatte euch bei Instagram gefragt, ob Interesse besteht bei euch, dass ich euch mal meine Maskensammlung zeige. Weil irgendwie, ja, ich bekomme oft Masken geschenkt, kauf mir oft welche im Angebot und ich weiß auch nicht, ich habe mich echt erschrocken. Ich muss echt jetzt öfters mal eine Maske machen. Und du hast mir jetzt auch von Müller, von Cardiavera, Vital 35 Plus, okay, ja, ich habe die 35 überschritten. Eine Antifalten Q10 Maske mit koreanischer Gingseng und Lipidkomplex, straffere, gefestigte Haut. Zwei Anwendungen, tausend Dank. Die habe ich noch nicht. Nein. Ich habe zwar zwei, glaube ich, von, wie heißt das, Cardiavera, aber diese noch nicht. Ach, ich freue mich gerade so. Ach, noch eine Maske. Oh ja, von Rival de Loup hast du mir die Erdbeer-Vanille-Maske rein. Die habe ich schon mal ausprobiert, die finde ich klasse. Und ich glaube, ich habe noch ein, zwei. Die seht ihr dann in meinem Maskensammlungsvideo. Tausend Dank. Ich liebe diese Maske. Die riecht so herrlich nach Erdbeer-Vanille. Ach man, vielen Dank. Und dann, was haben wir hier noch? Ja, ich sehe jetzt gerade, ich glaube, das ist was Persönliches. Oh ja. Liebe Yvonne, du hast mir, ich glaube, so ein kleines Fotoalbum zusammengestellt. Ich habe es jetzt kurz in die Kamera nur gehalten, weil ich nicht weiß, ob dir das recht ist. Ich glaube, hier sind wirklich persönliche Fotos von dir. Und ja, das ist echt total lieb von dir. Und ja, ich freue mich gerade riesig und habe gerade Gänsehaut. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Also da, ich denke, ihr versteht, dass ich das jetzt nicht in die Kamera halte. Ja. Aber ich werde mir das, liebe Yvonne, in Ruhe anschauen gleich. Versprochen. Und das wird auch einen Ehrenplatz bekommen. Vielen, vielen lieben Dank für all die schönen Sachen, für deine lieben Worte. Mua. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Okay. So, jetzt haben wir noch zwei. Und jetzt kommt eine Versandtasche. Die hat einen, man kann es hier schon am Aufkleber erkennen, einen weiten Weg hinter sich. Oh Mann. Von einer lieben Person namens Anne. Und diese Versandtasche kommt aus Japan. Äh, aus Japan. Aus Japan. Wie betone ich das denn? Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir sogar aus dem Ausland schreibt. Und weiß auch nicht. Ich... Ach, ich freue mich gerade so. Ich freue mich schon die ganze Zeit. Und, ja. Dann wollte ich mal gucken. Oh. Eine superschöne Tasche. Och Gott, ist das schön. So eine schöne Tüte. Schaut mal. Och Mann, Anne, danke schön, dass du mir aus Japan schreibst. Was haben wir denn hier? So, jetzt ist alles raus. Schaut mal. Das ist hier so ein Tütchen. Alles Gute zum Geburtstag und viele liebe Grüße. Happy Birthday. Hat sie hier mit einem schwarzen Edding draufgeschrieben. Dankeschön. Zum Geburtstag auch. Und hier vorne ist Desert Coffee. Haselnuss. Oh Mann, danke. Echter japanischer Kaffee. Aus Japan. Guckt mal. Oh. Ich glaube, den muss ich mir gleich machen. Ah Mann. Jetzt kriege ich wirklich gerade glasrige Augen. Ich weiß auch nicht. Ich hätte damit nie gerechnet, dass ihr mir schreibt und dann auch noch so lieb und nett. Geschenke müsst ihr ja gar nicht. Ihr müsst mir ja keine Geschenke machen. Und trotzdem packt viele von euch mir was rein. Und ja. Ich freue mich riesig. Und jetzt schauen wir mal. Ja. Auch diese Tüte, wo du das draufgeschrieben hast, werde ich nicht wegwerfen. Auf keinen Fall. Hier ist er. Ja. Und da ich ja kein Japanisch kann, habe ich aber hier eine bildliche Anleitung. Öffnen. Und dann machen die so ein Heißwasserbad. Schaut mal. Ich denke mal. Ich denke mal, dass ich das mit heißem Wasser übergießen kann einfach. Oder nicht? Ah, warte mal. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Dankeschön. Aus Japan. Ja, und jetzt haben wir hier Happy Birthday. Liebe Nadine, alles, alles Gute zum Geburtstag. Guckt mal, wie süß. Total schön gestaltet. Hier hinten nochmal mit so einem schönen... Ja, wie nennt man die? Ähm, diese Bänder halt zum Verzieren. Habe ich auch schon viele Videos gesehen. So. Jetzt muss ich das nur leider irgendwie hier abfummeln. Ach man, ihr seid so süß. Ah, was ist das? Was ist das denn tolles? Key oder Keychain. Ach, das ist... Guckt mal. Das ist hier so in Schokoladenform. Ein Spiegel. So, also jetzt bin ich aber aus Japan. Das ist, glaube ich, für einen Schlüsselanhänger ein Spiegel in so einer tollen Schokoladenform. Ich werde nicht mehr. Ja, ich glaube, sowas Tolles gibt es auch nur in Japan, oder? Habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt bin ich aber neugierig. Ich muss direkt dran riechen, obwohl es ist ja... Ja, schaut mal. Moment, kann ich das hier noch abmachen? Das ist hier festgeklebt. Ja. Das ist ja süß. Guckt mal. Ja, hier ist so ein Anhänger. Dann hat hier einer schon reingebissen quasi. Das hätte ich sein können. Ich liebe Schokolade. Hier steht überall Sweet drauf. Und wenn man das jetzt so auseinander schiebt... Oh Gott. Was heißt hier, oh Gott? Aber ich... Habe ich hier einen Spiegel. Oh, das ist toll. Ein Spiegel getarnt in einer Tafel Schokolade. Sensationell. Ich bin echt von den Socken. Vielen, vielen lieben Dank. Das werde ich mir auf jeden Fall an meinen Schlüsselbund machen. Mein Schlüsselbund wird immer voller, glaube ich. Tausend Dank. Und jetzt habe ich hier noch eins von dir. Ich glaube, ihr habt alle mein Lippenpflegestift-Sammlungsvideo gesehen. Kann das sein? Boah. Von Nivea. Flavor Lip Delicious Drop. Oh, der sieht lecker aus. Guckt mal. Das ist japanisch quasi. Ja, Nivea in Japan. Und sowas hier in Deutschland habe ich noch nie gesehen. Das scheint mir was mit... Ja, hier sind Vanilleeiskugeln. Seht ihr das? Ja, hinten ist alles japanisch. Aber jetzt bin ich aber neugierig. Boah. Dankeschön. Tausend Dank. Ich bin gerade wirklich... Das ist ja wirklich was ganz Besonderes. Peach and Vanilla. Also Pfirsich und Vanille. Auch die Stickform ist total klasse. Und jetzt, guckt mal. So sieht das aus. Oh ja. Das riecht aber lecker. Und dann kann man hier unten am Rädchen drehen. Und dann kommt hier der Lippenpflegestift. Ich mache mal einen Hand... Oh ja. Oh. Oh, das riecht ja köstlich. Richtig lecker nach Vanille und Pfirsich. Und dann süß diese... So eine Art Tropfenform. Seht ihr das? Und er lässt sich auch wieder reindrehen. Oft ist das ja so bei... Mit dem Drehmechanismus, dass die nicht wieder sich zurückdrehen lassen. Aber der lässt sich rein auch. Ich bin gerade hin und weg. Jetzt habe ich hier schon wieder so viel. Und dann die Kaufmanns... Also meine Lippen sind bestens versorgt. Und jetzt auch noch ein Nivea Lippenpflegestift aus Japan, den ich hier so noch nie gesehen habe. Ganz, ganz lieben Dank. Ja. Das war die Post von der lieben Anne aus Japan. Und diese wunderschöne Tüte werde ich auch nicht wegschmeißen. Ich finde die total süß. Oh, hier sieht es aus bei mir. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Liebe Anne. Fühl dich gedrückt von mir. Und jetzt habe ich hier noch die größte Versandtasche. Und da stand dann drauf, oder steht drauf, bitte nicht vor dem 11. Mai öffnen. Ja. Okay. Absender Wundersternchen, Himmel, Blau und Mann. Wundersternchen, sagt mir irgendwas. Boah. Also was zu meinem Geburtstag extra. Ach Mann. Vielen Dank, Himmelsternchen. Himmelsternchen? Ist das etwas falsch? Wundersternchen. Himmel, Blau und Mann. Jetzt habe ich schon Himmelsternchen. Jetzt habe ich deinen Namen schon verunstaltet. Wundersternchen. Ja. So, ich glaube, das kriege ich ohne Messer auf. Was ist das denn alles? Moment. Oh, wow. Puh. Schaut mal. Also. Das ist ja liebevoll verpackt. Toll. Ich nehme jetzt erstmal die Karte hier vor. Vorsichtig. Tata. Ein Umschlag. Ich öffne den Umschlag und... Oh, lecker. Jetzt, ey, ich habe voll Kaffeedurst. Ich habe Hunger auf Schokolade und Kaffeedurst. Schaut mal, diese geile Karte hier. Zum Geburtstag alles Gute. Ach, ist das schön. Toll. Liebe Nadine, mein Mann und ich wünschen dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Dankeschön. Wir sehen beide gerne zusammen deine Videos und finden dich super. Wir mögen deine natürliche und authentische Art sehr. Das freut mich echt. Vielen, vielen lieben Dank. Wir schicken dir ein paar Kleinigkeiten zu deinem Geburtstag und hoffen, die Sachen gefallen dir. Viel Freude beim Auspacken und einen schönen Geburtstag. Wundersternchen, Himmelblau und Ehemann. PS, die Karte mit Kaffee extra für dich. Oh, Dankeschön. Kriege ich schon wieder Pipi in den Augen. Mann, 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 ich habe hier einen Spiegel zu stehen. Aber ich will jetzt hier nicht rumheulen. Aber ja, vielleicht macht es das einfach deutlich, dass ihr mich eigentlich zu 100% immer hier vor der Kamera so seht, wie ich halt bin. Mit Sicherheit gibt es bei mir auch mal nicht so schöne Tage und eure Sachen, die ihr mir hier schickt, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und oft nehme ich mir dann Briefe oder Karten von euch zur Hand und dann geht es mir gleich wieder viel, viel besser. Und Wundersternchen und Ehemann, vielen, vielen lieben Dank. Die Karte ist sensationell. So, ich fange mal an. Hier sehe ich jetzt was. Ihr habt das so schön auf so einer Pappe geklebt. Toll, tolle Idee. Und ich liebe solche Servietten. Ich finde das toll, wenn man so Motiv-Servietten hat und je nachdem zu was für einem Anlass. Und diese hier, die gehen doch immer, oder? Die sind mit diesen süßen Cupcakes. Ach so, hinten hat sie draufgeschrieben. Sind die nicht niedlich? Ja, die sind total niedlich, da hast du recht. Und die habe ich auch noch nicht. Die sind aus dem DM, Profissimo. Oft stehe ich bei den Servietten, aber dann denke ich mir, ich habe schon so viele. Aber auch gerade diese kleinere Form finde ich total süß und zu schade zum Benutzen. Aber zum Dekorieren. Manchmal nehme ich mir eine Serviette, falte die so ein bisschen. Ich bin da kein Profi drin. Ich versuche das dann, mein Bestmöglichstes, und nehme das als Untersetzer oder als Dekoration, quasi als kleine Tischdecke hier. Vielen, vielen lieben Dank. Total niedlich. Dann habe ich hier oben, das sieht mir aus, schaut mal. Was dünnes Längliches. Was könnte das sein? Tolles Papier auch übrigens. Hier wieder meine Lieblingsfarben. Grün, Lila. Was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Ich sehe noch nichts. Oh ja. Ein Stift. Da steht was drauf. Unser DM klebt immer so schön die Produkte zu. Das Teil ist toll. Habe es auch zum Entfernen von Glitzerresten. Das ist von P2 der Keramik Cuticle Pusher. Ja. Und ich muss dir gestehen, ich habe den schon und finde den auch klasse. Und deshalb freue ich mich gerade, dass ich den jetzt quasi als Backup nochmal habe, weil die nutzen sich ja auch irgendwann ab. Ja, der ist jetzt genau. Seht ihr hier das Tesafilm? Also unser DM, also die, die in den DMs, wo ich mich immer aufhalte, die kleben ihre Produkte nicht zu. Obwohl ich das eigentlich begrüße, weil so passiert dann nicht oft so Missbrauch. Weil viele Produkte, die keine Tester sind, werden als Tester missbraucht. Da kriege ich immer einen Hals. Jetzt habe ich natürlich ein Problem und kriege das nicht auf in Ruhe. Aber ich freue mich riesig. Zum sanften Zurückschieben der Nagelhaut steht hier drauf. Vielleicht kennt den einer von euch. Wie gesagt, jetzt habe ich ihn nochmal, weil ich finde den wirklich klasse. Und gerade, wie du schon erwähnt hast, zum Entfernen von so Glitzernagelresten auf dem Nagel. Vielen, vielen lieben Dank. Ich finde den klasse. Und jetzt habe ich ihn nochmal. Okay, dann habe ich hier was Verdächtiges. Das sieht doch mal aus, vielleicht wie eine kleine Tube. Vielleicht ist das wieder eine ideale Größe für meinen kleinen Urlaub. Mal schauen, ich bin gespannt. Ach, wie schön. Also ich sehe, ihr schaut meine Videos wirklich sehr gewissenhaft und euch entgeht nichts. Auch du weißt, dass ich Sanddorn liebe und von Veleda eine Sanddorn-Pflegelotion. Ich habe ja hier die Handcreme und jetzt habe ich auch noch die Pflegelotion. Also die kommt auf jeden Fall mit in den Urlaub. Vielen Dank. Ich muss da ein Schnuppern. Ich weiß zwar schon so, ich liebe es. Ich muss einen kleinen Tropfen nehmen. Dankeschön. War da jetzt ein Zettel dran? Ich bin hier in voller Vorfreude. Nein, ich glaube, da war jetzt nichts drauf, ne? Oh ja. Tausend Dank. Ich liebe diesen Sanddorn-Duft. Ihr könnt mich da reinlegen. So. Das nächste. Ein kleineres Päckchen. Ich fühle mal. Irgendwas Festes. Aber wüsste ich jetzt nicht, was das sein könnte. Auch hier steht was drauf. Habe auch eins. Steht dir bestimmt prima. Oh ja. Ach, guckt euch das tolle Armband mal an. Ist das schön. Ich liebe ja so Schmuck, ne? So Perlen. Warte mal, kriege ich das offen? Ich habe ja jetzt hier schon so viel Schmuck auch von euch bekommen. Und ja, tausend Dank. Das sind so tolle Farben, dieses Weinrot mit dem Braun. Ja, ich bin gerade hin und weg. So. Ich glaube, jetzt habe ich es. Oh ja, da ist es. Da seht ihr es nochmal. Ich mache mir das jetzt mal hier dran. Und es ist wunderschön. Und ja, es wird mich jetzt auch immer an euch, an dich erinnern. Tausend Dank. Ihr seid einfach klasse. So, jetzt habe ich hier noch was. So ähnlich wieder, wie eben. Ach, diese Sanddorn. Also diese Tubenform. Ach, ich freue mich jetzt, wenn ich am Freitag meinen Koffer packen kann. Und eure schönen kleinen Pröbchen reinpacken kann. Noch was von Veleda. Ach, das ist doch so teuer. Sanddorn, Creme, du Muschig. Werd nicht mehr. Guckt mal. Aus der gleichen Reihe. Ah, jetzt kann ich mich auch noch, ja. Ja, riecht köstlich. Vielen, vielen lieben Dank. Also ich freue mich gerade riesig. Ich weiß gar nicht, was ich, obwohl ich kann ja beides mitnehmen. Weil dann kann ich mich auch mal abwechseln. Dann kann ich mal einen Tag hier, Treckelmoon. Und dann kann ich mal so einen Sanddorn-Tag machen. Das heißt Handcreme, Pflege-Lotion und die Dusche. Vielen lieben Dank. Oh, das ist schwerer. Was könnte das sein? Das ist etwas schwerer, fester. Mal schauen. Oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich glaube, das ist was zum Naschen. Was steht hier drauf? Hoffentlich schmeckt es mit Sanddorn, Fruchthonig, Sanddorn. Ist mir noch nie aufgefallen. Ich muss auch gestehen, Alnatura habe ich auch schon einiges gekauft. Aber diese Schnitten sind, da muss ich mal echt öfters hinschauen. Fruchthonig, Sanddorn, zwei Stück. Also ich werde mir jetzt gleich einen Kaffee machen. Und dann werde ich das mal probieren. Bio-Fruchthonig-Mandel-Sanddornriegel. Boah, also das hört sich total lecker an und gesund. Und vielen lieben Dank. Obwohl, ich bin schon wieder im Urlaub. Also ich glaube, das ist ideal für unterwegs auch. Wir sind ja ein paar Stunden unterwegs mit dem Auto. Und ich glaube, das ist ideal. Das kommt in meine Handtasche. Ja, das nasche ich nicht jetzt, sondern wenn es losgeht. Dankeschön. Als wenn ihr gewusst hättet, dass ich in den Urlaub fahre bald. Und mir so schöne kleine Sachen perfekt für die Handtasche eingepackt habe. So, jetzt haben wir hier was verdächtig Dünnes. Das fühlt sich an, ja. Meine Maskensammlung wächst, glaube ich. Wer weiß, vielleicht ist es auch keinem. Doch. Ich glaube, oder? Von Vileda wieder was. Ach, das ist eine Haferaufbaukurve. Trockenes, strapaziertes Haar. Gab es neu bei DM. Duftet super, habe ich selber getestet. Du magst ja auch Vileda. Ja, ich liebe Vileda. Schaut mal. Boah, das ist toll. Ein für trockenes, das habe ich ja, strapaziertes Haar. Durch mein Färben und so. Strähnchen. Dankeschön. Auch das werde ich mit in den Urlaub nehmen. Super. Ich freue mich gerade riesig. Eine Aufbaukur. Da werde ich meinen Haaren mal diese Kur gönnen. Fünf Minuten einwirken lassen. Ja, das ist doch prima. Ich werde es ausprobieren. Ich freue mich gerade riesig. Vielen Dank. So. Es ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben hier, Moment. Das ist hier so ein Dreiergespann, glaube ich. Ich fange mal mit diesem hier an. Das könnte jetzt vielleicht eine Maske sein. Ich glaube, von Lavera was. Eine, auch eine Haarkur. Ich hatte schon mal ein Shampoo, glaube ich, auch in so einem kleinen Tütchen und fand das von Lavera auch richtig gut. Aber dieses mit Bio-Rose und pflanzliches Keratin. Spürbare Geschmeidigkeit, trockenes, strapaziertes Haar, ohne Silikone, auch neu. Das kenne ich noch gar nicht. Tausend Dank. Boah, ich weiß gar nicht, was ich alles mit in den Urlaub, ich glaube, ich muss meinen Urlaub verlängern, damit ich alles probieren kann. Nein, ich werde es natürlich auch hier zu Hause probieren. Und irgendwann werdet ihr das dann mal in einem Aufgebraucht-Video bei mir wiedersehen. Tausend Dank. Puh, so viele Sachen, Mann. Okay, hier habe ich noch eins. Das ist ein bisschen fester. Ich glaube nicht, dass das eine Maske ist, oder? Puh, nein. Ich bin von den Socken. Was ist das? Mal schauen. Jetzt weiß ich, was ich mir gleich mache. Oh, von Nescafé Haselnuss und Nescafé Double Schokamokka. Boah, sieht so aus. Das hier kenne ich schon und liebe es. Ich liebe ja Haselnuss. Aber dieses mit dieses Double Mokka Schoko hört sich sehr lecker an. Hier steht noch drauf, du hast hier drauf geschrieben, wir haben sie auch probiert und du bekommst etwas ab. Weil du Kaffee auch so sehr magst. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Und den werde ich mir gleich gönnen. Ich denke, in meinem nächsten Video wählt ihr mich mit einer Tasse Kaffee vor der Kamera sitzen sehen. Und ja, tausend Dank. Ja, ich liebe sowas. Kaffee, ich brauche morgens immer meinen Kaffee. Jetzt habe ich hier noch was Kleineres. Das hört sich an, es hat so gerappelt, ne? Was ist das? Oh ne, ist das schön. Ohrringe. Die stehen dir bestimmt toll. Hätte ich mir auch gekauft, wenn ich Ohrlöcher hätte. Hast du keine Ohrlöcher? Och, guck mal. Die sind ja herzallerliebst. Total schön. Moment. Ich werde meine kleinen Eulenohrringe gleich mal rausrupfen. Und, ähm, ach, Dankeschön. Mann, Mann, Mann. Das passt jetzt auch gut zu meinem Pullover, glaube ich, wa? Moment. So. Da ist er. Gut, dass ich meinen Spiegel hier zu stehen habe. Ähm, und als hätte ich es geahnt, habe ich heute auch ein bisschen hier Goldschmuck um. Eigentlich bin ich eher die Silberträgerin. Aber, gerade im Sommer, wenn man ein bisschen gebräunt ist, finde ich so Goldschmuck, ähm, finde ich das auch sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, weil diese Eulenohrringe waren ja auch hier golden. Und jetzt, da ist er. Wunderschön. Tausend Dank. Also, ich bin gerade hin und weg. Die bleiben jetzt drin. Also, in einem nächsten Video wirst du dann die Ohrringe wiedersehen. Wirklich. Lieben, lieben Dank. Och, viel zu viel. Womit habe ich das verdient? Ihr seid so gut. So, jetzt habe ich hier noch was. Ach, das sind auch zwei so ineinander geklebt. Okay. Und hiermit, glaube ich, könnte es sein, dass meine Salzbädersammlung, sagt man das so, vielleicht sich auch vergrößert. Ich bade ja super gerne und habe auch schon eine... Ich glaube, wenn ihr Interesse habt, schreibt mir das, ob ihr Interesse habt an einem Badesalz-Sammlungsvideo. Weil da habe ich mittlerweile auch sehr viele schon. Und das habe ich hier. Und du hast genau eins erwischt, was ich noch nicht habe. Ich habe ja schon viele, wie gesagt, auch viele zum Geburtstag bekommen und von Freunden. Von Alverde. Das ist die Naturkosmetikmarke aus dem DM. Ich liebe Alverde. Das Verwöhn-Badesalz-Macadamia-Nuss-Carité-Butter. Oh, Dankeschön. Ich, ähm, am liebsten würde ich jetzt in eine Badewanne springen hiermit. Weil, dies habe ich wirklich noch nicht. Und das ist wirklich, ähm, schwierig bei mir, glaube ich, mir was zu schenken. Gerade, wenn es ums Baden geht, was ich noch nicht habe. Jetzt bin ich schon ganz gespannt, was hier drin ist. Oh Mann, ich freue mich riesig. Es ist Wahnsinn. Was haben wir hier? Oh Mann, nochmal Alverde. Erfrischungs-Badesalz mit Orange-Vanille. Oh, jetzt habe ich zwei. Habe ich noch nicht. Ich freue mich gerade so. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, ich glaube, das war es jetzt. Ich hoffe, ich habe hier vor lauter Freude und, dass ich so von den Socken bin, nichts übersehen. Nein, aber ich glaube, ich habe alles ausgepackt. Hier sieht es aus, ihr Lieben. Ich bin gerade echt von den Socken und, ja, ich bin von den Socken und kriege gerade wieder ein bisschen Pipi in den Augen, weil, ja, ich spüre einfach, dass ihr, ja, dass das von euch von Herzen kommt. Und ich bin einfach froh, dass es euch gibt, weil ohne euch würde ich jetzt hier nicht sitzen. Das ist mal klar. Dankeschön. Ja, tausend Dank an euch alle, die ihr mir hier eine Riesenfreude gemacht habt mit diesen wunderschönen Sachen. Sei es im Briefform, dann mit diesen schönen Sachen dabei und, ja, fühlt euch alle von mir mal ganz lieb gedrückt und ich schicke euch ein virtuelles Küsschen rüber. Und, ja, es macht einfach Spaß, Videos zu drehen für euch bei so einer Feedback-Resonanz und Puma freut sich auch gleich. Ja, mir fehlen gerade die Worte und ich freue mich, alles ausprobieren zu können, was ihr mir jetzt hier gerade geschenkt habt. Ich habe mich über alles wirklich, ich freue mich über alles riesig. Ja, ihr scheint mich echt schon gut zu kennen und ich brauche jetzt erstmal was mit Kaffee hier. Also, vielen, vielen lieben Dank. Jetzt räume ich erstmal in Ruhe hier auf, lasst das sacken und packe eure lieben Texte und Briefe weg und, ja, dann geht es gleich weiter. Dann werde ich gleich Videos drehen für euch. Ja, also, Dankeschön. Das war jetzt Zuschauerpost, Video Nummer 3. Wenn ich jetzt wieder dann irgendwann so ein bisschen was zusammen habe, drehe ich natürlich gerne wieder ein Video. Und, ja, wie gesagt, Postfachadresse unter diesem Video in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.